5000 Was? Junge, ein 25 Euro Angebot Endlich mal wieder eins Oh, hat das viel Value Das schmeckt ja sowas von Epischer Upgrade-Kern Seltener Upgrade-Kerne Bogenlicht-Energie Und noch ein mystischer Foliant Es ist alles dabei, let's go Der schmeckt aber gut Gönn, 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 gönn Wow So Flammenschirr, 50 Sternchen Da können wir den auch Upgraden und 3000 Oh, 11 Mal 3800 Ist das leckerchen Piloten hoch Ah, gehen wir auf 17 Flammenschirr 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 Jo, guck mal Die Schäfchen habe ich schon auf 18 Nur 6500 Und ihn habe ich auf 17 Und der kostet 12.000 Das ist echt krass, ja Jetzt fällt mir das erstmal so auf Skelettgruppe hoch Oh, ja Oh, ja Ihn hoch Nehmen eine Bombe Ah, ist egal Oh 35 von 50 Schon Dann können wir jetzt noch einen hoch machen Was war's denn? Ach der Schürer, ne? Der Schürer war's Auf Episch Junge Ey, ich brauche nur noch 10 Ich muss 2 hoch machen Das schaffe ich Leute, wir machen jetzt ein kleines Grid Opening Ich muss nur Glück haben Einmal noch Skelettarmee Schürer muss gekauft werden Ja, fürs Level Up Fürs Level Up, macht Sinn Acht von 10 Acht von 10 Digga Digga Ein Einen nur noch Benutzt einen neuen Anno Ne, der ist mir zu viel wert Wir kaufen das Welpentalent Fürs Level Up Nein Eine epische Banshee für 2000 Das gibt mir 39 Sterne Ist das ein gutes Angebot? Ist das frech Warum setzen die mir so ein Angebot vor die Nase? Das ist ja frech Ich spare damit 1500 Gold Ich muss das machen Oh, das ist ja gemein Aua, da ist es Ach Gott Die setzen mich unter Druck Wie frech ist das denn, Alter? Aber ich musste es machen 100 Euro drin Ja Digga, ganz ehrlich Nächste Woche hätte ich ja eh 100 Euro aufgeladen Warum soll ich jetzt 25 Euro aufladen Und dann halt Geld versenken Als wenn ich mir direkt das 100er hole 125 Euro weg heute Oh Gott Aua Aber Dafür Zwei Upgrades gespart Und Sammlungslevel 40 erreicht Äh 39 erreicht Ich sagte 40 39 Und nochmal ein gutes Angebot Auch kaufen 39 Wir können wieder was upgraden Okay, jetzt scheiß drauf Jetzt machen wir ein Grid Opening hier Jetzt wird hier auf Sammlungslevel 40 gegangen Ja, wir verbraten Wir verbraten Digga Ist egal Und nein, ich bin nicht süchtig Ich hab nur ne Menge Spaß Tausender Bonus Wo drauf Auf den Rent Das schmeckt Talente brauchen wir so oder so Ah, der braucht auch 25 Ja, ich will nicht so viel Geld für Talente ausgeben jetzt Erstmal Sammlungslevel ist wichtiger Fünf Tausend Was What Schlau Schlau sein Warte, hab ich hiervon schon die 10? Ne, hier hab ich die 10 schon Direkt erstmal upgraden Erstmal dann ist die vom Tisch Dann den bewegen Und Rent kaufen 5000 Knackig Schmeckt Macht natürlich auch Sinn Harpchen hoch So Dann kaufen wir jetzt noch die Jägerin Die brauchen nur 10 Oh ja Baby Upgraden wir direkt Schmeckt Oh ja Und Upgrade Ich hab nicht unendlich Kerne, aber ich hab noch 4 Und es kommen bestimmt noch ein paar Sachen, die mir Kerne sparen Rent krieg ich noch hoch, denke ich Den brauch ich nur noch 5 mal 2000 schon wieder Da warte ich aber noch Den 2000er machen wir erst gleich mit Rent wieder Rent mein Engel 2000 Boah, ein schöner Bonus wäre jetzt mal wieder nice Ah, den Rent nehmen wir auch mit Oh, den nehmen wir noch mehr mit Rent spare ich mir für den nächsten Oh, der hat schon 10 Der hat schon 10 Wo haben wir die lebende Bombe? Wo ist sie? Hier? Perfekt, 3 haben wir dann noch Ich hab aber gar keinen epischen Kern mehr, glaube ich, oder? Ich hab keinen epischen Kern, das ist Schmutz Ja, 10 Achso, die hat auch schon 10 Perfekt Joa, direkt an der richtigen Stelle, mein Bester Genauso will ich dich haben Schmeckt Oh ja Direktes Upgrade Wichtig Ne Quatsch, das war gar kein Doch Ist ein direktes Upgrade Muss ich aber trotzdem einfach ausgeben, ne? Das ist ärgerlich Problem nur, wir haben keine blauen Upgrade-Kerne Heißt, wir können zwar auf ganz entspannt weitermachen Aber wir brauchen erst Upgrade-Kerne Aber die gibt's ja für 100 zu kaufen immer, ne? Boah, jetzt kommen aber alle 10er hier 2000 nochmal Ja, jetzt bin ich aber am Arsch Digga, das sind alles 10er, ja egal, dann nehm ich die 2000 auf den Drachen Jetzt ist die Frage Geben wir 1000 aus? Ja Ja, gar keine Frage Wir wollen Rent ja hoch haben Auf Episch Schmeckt Damit ist Rent Auf Stufe 24 Und wenn wir den jetzt doch vielleicht einmal mit Bonus hochkriegen oder sowas Dann ist der auf Stufe 25 Ich hätte ihn morgen eh gratis durch den Clan gehabt Aber ganz ehrlich, da gebe ich den hier halt für den nächsten aus Ist ja jetzt auch nicht, kein Weltuntergang Da ist der 1000er Bonus, den wir gerufen haben Um den noch ein Level höher zu kriegen Komm, bis auf 20 gehe ich runter Schäfchen glaube ich, oder? Ne, auch 25er Er war noch ein 10er Gib mir den Bonus Da ist der Bonus Scheiße, der Bonus ist schlecht Ah ne, den Bonus kann ich ja auch bewegen Egal, 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 egal Bonus ist ein wichtiger Und Stufenaufstieg Er rennt auf Level 25 Oh, ist das saftig Jetzt könnte aber gern noch das Renntalent kommen Das reimt sich, Digga Das Renntalent Hier auch nochmal den saftigen 10er Noch 15 Stufen Also 3 Kerne brauchen wir In 2 Stunden könnten wir Glück haben Dass wir hier im Angebot noch einen Upgrade-Kern bekommen Und in 2 Stunden, da bin ich noch live Kriegen wir auch hier im Angebot noch einen Upgrade-Kern Und da müssen wir eigentlich nur noch 4 mal mit den XP so hoch kommen Und das kriegen wir eigentlich hin Das heißt, theoretisch ist Sammlungslevel 40 Heute noch machbar Die 2 Stunden sind um, neue Angebote im Shop Das heißt, wir können jetzt zumindest noch das Sammlungslevel 40 voll machen Und das werden wir voll machen Hier gibt es 2 Upgrade-Kerne So, 2 Upgrade-Kerne auf Net Und das Angebot lohnt sich auch noch 2.000 Münzen für 14 Euro Was kosten sonst 2.000 Münzen? Oh, passt, passt Lohnt sich auf jeden Fall Plus einen mystischen Folianten wieder Oder mythisch? Keine Ahnung Das hat sich beides diesmal richtig gelohnt Manchmal lohnen sich die Tagesangebote Manchmal auch gar nicht So, jetzt noch 11 mal klicken Und dann sind wir Sammlungslevel 40 So, Level Up Schmack Und geben für die XP Noch ein Level Up Noch ein Level Up Oh, ist das geil gerade Ist das geil Komm Komm, ein Level noch ab Ja Sauber Und noch ein Stufenaufstieg Ach schade, ich dachte noch einer Ja, fast Perfekt So, jetzt können wir 2 Sachen upgraden Nehmen wir einmal den Kollegen Und einen noch Zack Alter, geil Damit sind wir Sammlungslevel 40 Warum habe ich es so schnell weggemacht? Ich wollte es nicht so schnell wegmachen Aber Alter, guckt euch mal an Wie viel ich jetzt bekomme Das ist ja insane Es hat sich so heftig gelohnt Jetzt kann ich auch gut In Ruhe heroisch weitermachen, Alter